Hallo ihr alle, ich bin Tom Green und ich sitze hier mit Alicia Bennett, die die Cat Karamakov spielt. Wir sind hier hinter den Kulissen und sprechen über Dance Academy, der Film. Huh, hallo Leute. Wie geht's dir? Oh gut, wie geht's dir? Mir geht's okay. Schön, dich wieder hier zu haben. Also ehrlich gesagt muss ich mich ein bisschen durchkämpfen. Aber wir reden ja heute nicht über mich, sondern über dich. Über dich und das Set und alle anderen, nur nicht über mich. Wo ist meine Einladung? Wo ist meine Einladung? War es eine E-Mail oder ein Anruf? Ein Anruf. Hast du ein paar lustige Erinnerungen aus der ersten oder zweiten Staffel, die du mit uns teilen kannst? Ja, also die meisten haben wir mit dir. Natürlich. Was ironisch ist, dieser Typ. Wirklich, ich erinnere mich dran, dass ich am Set war und du ununterbrochen gerappt hast. Wie ein Schämpchen. Ja, das ist die Sache. Nicht wirklich. Deshalb ist es ja eine lustige Erinnerung, weil es wahnsinnig witzig war. Wie ein Champion. Ja. Ja, außerdem könnten wir ein kleines Ratespiel machen für die echten Fans. Das könnte doch lustig sein. In Episode 3, wenn Ethan in der Öffentlichkeit mit Isabel Schluss macht, kommt Isabel jammernd zu Kat und Kat antwortet mit drei Worte, Isabel. Wusste ich's doch. Ja. Sehr gut. Sehr gut. In der vierten Folge, der Pas de deux, jeder wird dazu aufgefordert, an einer Partnerübung teilzunehmen. Jetzt sind Sammy und Abigail für zwei bis vier Stunden, Sammy denkt, es sind vier und zwanzig Stunden, aneinander gebunden. Sammy versucht dann, seine Übung mit Kat zu tauschen, worauf Kat antwortet, ich würde lieber... Etwas in mein Auge. In mein Auge. Mit einem stumpfen... Löffel? Ja. Mich selbst mit einem stumpfen Löffel ins Auge stechen. Hab ich das gesagt? Ja, hast du. Geh einfach ans Set. Du willst ans Set. Also geh ans Set. Wir gehen. Geh einfach ans Set. Du willst doch ans Set gehen. Wir sind fertig, oder? Ja. Get me done.